So, moin, heute ein weiterer Selfmade. Ich weiß nicht, ob er klappt, aber wir werden's sehen. Viel Spaß. Naja, war ein bisschen spät gezündet, aber es hat doch noch so halbwegs geklappt. Der Packet-Packer aber nicht ganz. Egal, ich hoffe es hat euch gefallen und ja, dann liken nicht vergessen und bis dahin, schau Leute.